Dieter Palo, eigentlich Gerda Olga Justine Kornstedt, Sternchen 4. September 1908 in Stettin, 13. Dezember 1971 in Paris, war eine deutsche Filmschauspielerin. Leben Dieter Palo wuchs in einem Forsthaus auf, nahm in ihrer Jugend Ballettunterricht und studierte anschließend an der Uferschauspielschule in Babelsberg. Anfang 1928 erhielt sie ihre erste kleine Filmrolle in Die Dame mit der Maske. Dabei wurde sie von Produzent Erich Pommer entdeckt, der ihr die Hauptrolle in seinem Film Heimkehr als leidgeprüfte junge Arbeiterfrau gab. Danach spielte sie kleinere Rollen bei anderen Ufa-Produzenten, während wiederum Pommer sie in den Vordergrund stellte. So war sie an der Seite von Willi Fritsch als unglücklich Verliebte in ungarische Rapsodi und als Bauernmarkt, die sich für den Geliebten prostituiert, in Melodie des Herzens, dem ersten Tonfilm der Ufa, zu sehen. Nach den Erfolgen in Deutschland ging Palo 1930 nach Hollywood, wo sie zunächst in deutschen Fassungen amerikanischer Filme mitwirkte und später, mit mäßigem Erfolg, in englischsprachigen Produktionen wie Honor of the Family, 1931, und Mr. Broadway, 1933. 1933 kehrte die Schauspielerin nach Europa zurück, lebte zunächst in der Schweiz und kurz darauf in Frankreich, wo sie den Franzosen Frank Goetheal, von 1904 bis 1983, heiratete. In Frankreich spielte sie in zwei herausragenden Filmen, die auch heute noch zu den Höhepunkten des frühen französischen Kinos zählen, als feinfühlige junge Ehefrau in Lattalante, 1934, unter der Regie von Jean Vigo und an der Seite von Jean Gabet in Jean Reno als pazifistischem Meisterwerk Die große Illusion, 1937, als deutsche Bäuerin, die entflohenen Kriegsgefangenen Hilfe gewährt. Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde Dieter Palo nach Deutschland ausgewiesen, was das abrupte Ende ihrer Karriere bedeutete. Nach Kriegsende kehrte sie nach Frankreich zurück, trat aber nur noch in wenigen Filmen auf. Sie verfasste Bühnenstücke und Drehbücher, von denen aber keines verfilmt wurde. Im Jahr 1992 mehr als 20 Jahre nach ihrem Tod, nahm die Popsängerin Madonna Palo als Inspiration und nannte ihr alter Ego in dem Skandalbuch Sex sowie in dem Song Erotica Dieter. Auch Dieter von These verwendet Palos Vornamen als Hommage in ihrem Künstlernamen.